Gucken wir mal was zu trinken, guck raus, guck zu meinem Trinken, guck noch mal raus und bin voll schockiert. Ich denk so, what the fuck. Ah shit. Blöder Sack. Das fand ich mal Absicht. Ja, ja. Wirklich. Jetzt. Pfeffer ihn rein. Ah, knapp. Und einen Seitenwechsel. Und Mango macht's. Mango macht's wirklich heiser. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Guck mal ey, auch noch in die Ecke, ja, wo der eine ihm entgegenkommt und der andere hinfahren kann ganz schnell. Na, kommt der ihm nicht ganz schnell. Da knallt er's einfach rein. Was sind die gefährlichen Ecken? Oh, die magische Miesmuschel sagt, wir müssen die Nacht durchmachen. Guck mal, er ist schon wieder, er klebt schon wieder an der Wand. Wir müssen die Nacht durchmachen. Oh, Alter. Wer soll die als der Nacht durchmachen? Die magische Miesmuschel sagt, wir müssen die Nacht durchmachen. Nein! Mann, wieso ist denn der vor mir rangekommen? Das war so knapp. Aber gut, wenn ich da nicht ran gefahren wäre, hab ich ihn auch nicht gehalten. Ganz ehrlich. Klar. Doppelsprung hochfliegen. Zack. Ja, genau. Jetzt schaffst du ja. Ich hab ja auch die ultimative Reflexe. Also. Ja. Lol. Vorlage, juhu. Ja, Punkt, bitte. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht hab, dass die Vorlage kam, aber egal. Anstoß. Pass auf, der rollt zu mir. Der rollt zu mir. Ah ja. Jetzt. Oh. Oh. Nö. Und er hängt noch ranne. Er hängt noch dranne. Ich kann doch nicht mehr weg, ey. Ich hab ihn doch wohl festgehalten. By the man. Der Antrofenerrack. Oh. Oh. Ja, war gut. Oh, war genau umgegen. Abgesehen davon, dass keiner von uns gesprungen ist. Ja, übrigens nebeneinander alle. Ich dachte, er geht in Latte. Oh, ein Tor. Ne. Leider nicht. Das hab ich eigentlich bedacht, dass er... Nein, komm. Ach, da war. Leider nicht. Ah, fliegt da an mir vorbei. Und trifft nicht. Nein, er zieht ihn rüber über mich. Oh. Oh. Doch, ich hasse auch den Flieger, ey. Genau über mich rüber. Und Mango war da, aber... Ich stopp ihn noch für mich. Ja, ich hätte einfach mit voller Wucht ihn weckern sollen. Oh, guck mal. Der kommt bestimmt jetzt in meine Richtung gerollt. Oh. Oh, nicht ganz. Yo. Yo. Oh. Ich dachte, du schmeißt mir das Ding wieder zurück, ey. Ich wollte gerade, äh, mich aufregen. Oh, was? Ey, das gibt's nicht. Leut. Das glaubt mir kein Mensch, wenn er... Wenn er uns nicht sehen würde, ja. Er fliegt einfach los. Blup. Gibt's nicht. So. Hast du gar nicht. Siehste? Ich hab. Ah, Mann. Aber ich hab ihm angesagt. Unfair. Er pläht uns einfach auf. Äh. Juck dir nicht, dass wir da mit drei Mann stehen, ey. Juck dir nicht. Drei Mann? Ja, ich mein, jemand dahinter, und ich kam. Dann kam er noch verbunden, ey. Oh, das war ein Schnellding, ey. Juck dir nicht, ey. Hm. Sag mal. Er ist nicht hier grad explodiert. Gegner. Ja. Oh, wär ich dann mal da gewesen. Ja. Oh. Rückpass. Oh, Alter, kannst du doch nicht machen, ey. Das hat richtig in die Hose gehen können, Mann. Ich hab'n gesehen, wo er stand. Ja, genau. Ich bin aber nicht stehen ge... Ich bin rausgefahren. Ich hab'n... Ich weiß. Ich weiß. Ach, ne. Das, äh... Das, äh... Nach einer Zeit merkt man's. Ja, den Spinnensinn, ey. Er hat das einfach gebrochen, dass ich jetzt hochfliege und... ...schmeiß mir das Ding genau auf die Lunde drauf. Oh, schönes Ding. Oh. Oh. Jetzt aber... Oh, er kämpft sich hoch. Ach, ich hab'n Geuss mehr gehabt, ey. Komm, ich hab'n so schön aus der Luft genommen, ne. Oh, nein. Ich dachte, er kriegt die. Achtung, ich bin nicht im Tor, ne. Ja. Jetzt auch so viel Unterschiede. Oh, wie der Markt breit dabei. Da kommt er. Oh. Fuck you. Fuck you. Very, very much. Oh. Alter. Was geht denn jetzt? Gehört das so zu Pro-Spiel? Das Ding immer vor Tor lang zu ziehen? Sicher. Ja. Hm. Man muss die ja... Damit verspottet man die ja ein bisschen. Aha. Alles klar. Im Moment führen die. Ja, im Moment. Das ist ja der Sinn. Oh, der Play ist hier gerade. Ja, ja. Ich sag's ja. Was wird der denn hier? Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Oh. Oh. Ey, so viel Luft wie ich hier gerade eine Atmung vor lauter Schreck. So viel Luft habe ich gerne hier drin. Ich muss das Fenster aufmachen. Oh, loll. Oh. Oh, der kann nicht. Ja, ja, komm schon. Ich kann nicht. Oh. Oh, shit. Da, er ist immer noch in der Luft. Oh. Erstmal den Controller wegschmeißen. Oh. 30 Sekunden noch. Will ja keinen Druck machen, wa? Und wir fühlen übrigens nicht für die Leute, die das nicht im Auge haben. Oh, shit. Du hast recht. Schönes Ding. Wupp. Wupp. Alles klar. Gut. Gut, dass ich's erwähnt habe. Du musst es nur mal ansprechen. Ja, ja. Wirklich. Ich hab nicht gemerkt, dass es so steht. Ich dachte, wir haben 10-0. Gefühle. Aber das freut mich, dass selbst solche Leute, die so Pro-mäßig spielen, die Bälle im Tor nicht halten können. Ja, das stimmt mich. Oh ja, der Ball kommt aber nicht zu dir. Diesmal bin ich nämlich da rüber gefahren. Oh. Oh. Alter. Aber der eine Typ von denen kann nicht fliegen. Dieser fuhle Balleine. Der kann nicht fliegen. Okay, ich fliege. So. Kann auch nicht fliegen. So. Ihr seid nebeneinander. Exenok weiß ich noch nicht. Alter. Oh. Oh, Alter. Was für eine Parade. Holy shit. Damit hab ich nicht gerechnet, ne. Mal ganz ehrlich. Oh. Tick ihn an. Tick ihn an. Tick ihn an. Okay. Nice. Tick ihn an. Oh. Ich hab ja gewartet, dass er ihn anickt. Wahnsinn. Tick ihn an. Oh, ein dankbarer Pass. ja schnell weiter